Hallo und herzlich Willkommen zurück in einer neuen Aufnahme. Jo, es ist der Doofgum. Jo, und der Affenjunge. Raumschiff gebaut. Ich wollte eigentlich ursprünglich, das habe ich ja ganz kurz vor der Aufnahme schon mal festgestellt, wir haben noch so Zeug aus dem Labor geklaut. Das würde sich viel besser hier machen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, verkaufen geht sowieso nicht. Das wäre echt übertrieben, wenn man das verkaufen könnte. Ich weiß, also ich glaube, es soll wohl gehen. Echt? Ich bin mir aber nicht ganz sicher wie, ehrlich gesagt. Ich habe da noch keine Ahnung. Send to Trash kann man machen. Hier habe ich noch so ein Plasma-Ding, da kann man... Hier als Beleuchtung, oder? Das sieht geil aus. Ist auch immer schön nervig die ganze Zeit. Und hier noch so einen schönen flotten Cola-Automat. Ist eher eine Blutbank. Kann man da nicht reingucken mit E? Ne, geht nicht. In den Tisch kann man auch nicht mit E reingucken. Ich hänge dir mal einen Popel an die Wand. Oh, das ist schön. Da freue ich mich endlich. Geht gar nicht. Oh, die Data... Doch, geht. Guck mal. Ach, cool. Geil. Stimmt, davon haben wir ja auch noch ein paar. Und auch eine Security Door. So. Ach, und eine Sache die ich noch loswerden wollte. Huch, ach hier, Loveable Smacker. Was macht denn der? Damage, DPS 9. Ich habe aber schon an der Waffe ausgerüstet, ne? Die war hier. DPS 14. Wie viel DPS hast du denn gerade auf deiner Waffe? Ähm, warte. Ja. Ähm, 11 leider nur. Ah, 11. Ich habe ja eine mit 9. Willste wahrscheinlich nicht haben. Ne. Ah, ok. Ok, ok. Aber guck mal, ich schenke dir mal einen Server einen guten. Hier. Ist von Nitrado. So. Sag ich mal? Habe ich schon hingestellt, hier hinten. Ach, äh, äh. Ah, ja, super. Ja, geil. Geil. Ja, auf jeden Fall. Nitrado muss man ganz kurz sagen. Da muss ich mal ganz kurz ein Danke aussprechen. Weil die uns ja den Server ja zur Verfügung stellen. Und vor allen Dingen, das muss auch mal gesagt werden. Heute gab es ein Update. Wir konnten nicht einloggen. Und man muss einfach sagen. Der Santa Claus, ne? Der Patrick. Der antwortet innerhalb von 2 Minuten. Und hat schon alles gemacht. Das ist unfassbar. Hab ich selten erlebt. Möchte ich mal ganz kurz machen. Ist mir egal, ob jemand sagt, ich mach hier Werbung. Da mach ich gerne Werbung. Weil, ganz ehrlich, da bin ich echt dankbar. Ich hab selten so einen guten Support erlebt. Wollte ich jetzt einfach mal loswerden. So. Ja, schließe ich mich hundertprozentig an. Wir haben ja auch einen Minecraft-Server von Nitrado. Also das ist... Aha. Boah, ihr Nutznießer. Ja, natürlich. Auch von Patrick, also, ne? Patrick, hallo. Ach, sieh an. Ach, sieh an. Oh, und meine Amazon-Bestellung wurde versandt. Sehe ich gerade im rechten Fenster. Aha. Ich habe nämlich einen Messerschleifer bestellt. Ach, ich dachte, du hast ja wieder Schlüpper bestellt. Weet, 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 weet. Ne, ist doch sowas ähnliches. Ach so. Schlüpper sind immer wie auch ein Messerschleifer. So, warte, lass uns mal. Komm, wir beamen auf den Planeten unser tolles Haus. Juhu. Huch. Geil, ey, wir haben ein geiles Haus. Die Leute haben sie ja in der letzten Folge gestern erst gesehen, aber wir nicht. Ne, wir wissen das schon seit 5 Wochen, weil wir nehmen ja immer 5 Wochen im Voraus auf. Genau, genau. Und jetzt sind wir erstmal wieder hier. Oh, Alter, meine Framerate ist ja mal ein bisschen im Keller gerade. Also, ich habe 60-30, ganz normal heute endlich mal. Mit Dexory, echt? Ja. Hast du die OpenGL-Version gestartet oder die andere? Ne, die normale. Die macht bei mir gerade 30 FPS? Kümmerliche. Und ich renne da nebenbei nicht mal. Was? Ne, jetzt bei 20 FPS bin ich jetzt. Was denn hier los? Ich weiß nicht, ob du ein bisschen ruckelst. Bei Starborn kann man das immer schwer sagen, weil die Charaktere ja eh so ein bisschen... Guck mal, ich hüpp mal eben so ein bisschen in der Gegend rum. Ruckelig. Uh, ruckelig bei dir. Ne, also springen geht eigentlich. Komisch ist das manchmal. Komisch. So, ähm... Tja, das war Starborn, das war Starborn für heute. Ich weiß auch nicht so genau, was wollten wir eigentlich machen. Hm. Haben wir in der letzten Folge was großspürig angekündigt? Ne, ne? Wir haben das Haus gebaut, glaube ich. Wahrscheinlich so wie mit dem Burger essen, den wir damals dann doch nicht gegessen haben. Der Burger. Lars Dietrich. Der Mädchen-Millionär. Alle Frauen, alle Mädchen. Okay. Hier habe ich noch Obsidian. Und ich habe auch ganz kurz... Was haben wir denn? Ich guck mal ganz kurz, was ich im Inventar habe alles. Ich habe da so viel Mist einfach. Äh, ich höre das. Fängt das schon wieder an? Was? Ist ja unfassbar. Und ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Das kennst du doch. So, ich habe da oben die Betten hübsch gemacht. Hier ist ja das Wohnzimmer, was wir noch nicht ausbauen können eigentlich momentan. Ich habe noch eine Taschenlampe mit... Ah ne, eine Flares. Das ist gar keine Taschenlampe. Okay. Hier habe ich noch Fensterchen. Aber, ach ja, Glasfenster können wir eigentlich auch mal machen, ne? Stimmt. Aber gibt's hier Sand? Ich habe bis jetzt noch keinen Sand gesehen hier. Ich habe 117 Sand habe ich noch in der Dingens. Die smelt ich mal gerade. Könnt ihr drei anbieten. Ich glaube, drei reicht sogar für eine Scheibe. Da habe ich noch... Ach, Light Metal habe ich ja auch noch. Das haben wir ja nicht ganz auch ausgebaut. Das ist Light Metal. Das können wir gut für ein unterirdisches Labor bauen. Brauchen. Bauen. Weißt du schon. Hatten wir ja auch gefunden in der letzten Folge, genau. Ja. Das können wir eigentlich noch ganz auseinander nehmen und so weiter. Das hat nur ein bisschen gedauert, das zu machen. Deswegen haben wir es ja nicht komplett gemacht. Und, äh, eine Sache noch. Wir machen ab heute dann doch eine Einzelfolge pro Tag. Und da gucken wir dann vielleicht nicht immer direkt auf die 20 Minuten. Dann hat die halt mal Überlänge. Aber zwei Folgen sind einfach doch zu viel. Weil wir steigern uns so ins Spiel rein, dass wir die 20 Minuten hier wischen. Und dann sind es zweimal 30 Minuten. Und im Endeffekt noch mehr. Das, äh, irgendwann muss... Man übertreibt es ja auch mal irgendwann. Ja, wir machen jetzt also immer eine Folge täglich. Eine Stunde 30 am besten. Oder? Auf deinem Channel ist jeder eine Stunde 30 lang, weil du spielst dann extra nochmal. Genau. Mit deinen tollen 60 FPS. Wieso habe ich keine? Mann. Wie ärgerlich. Spielst du wieder auf dem Atari? Ja. Aber das ist bequemer wegen dem Pet. So. Ich setze mich jetzt mal hier hin und holst die Schnauze. Ich muss nachdenken. Huch. Achso. Ach, stimmt ja. Am Kitchen Counter. Oh, und was wir noch machen müssen. Ganz kurz. Das sollten wir in dieser Folge machen. Wir müssen ja auch gucken, dass wir was zu fressen in den Bäuche kriegen, ne? Du hast doch letztes Mal... Du hast doch letztes Mal... Ich kann dir 14... Ich kann dir sieben Brot anbieten. Ich habe 14 Stück. Das ist total liebevoll, aber du hast doch letztes Mal hier so schön alles abgetragen. Weißt du noch? Ach, stimmt. Zum Einpflanzen hatten wir das gemacht hier, ne? Genau. Huch. Greift der an. Oh. Hihihi. Hihihi. Aua. Schnell, bevor der Roboter sich jetzt Geld klaut. So. Geht das schon wieder los? Ja, äh... Du! Achso. Vielleicht mal eine Kreiswege oben wieder reinpacken. Ja, aber echt. Oh, da ist Kohle im Planeten. Und hier ist überall Holz. Habe ich noch eine Axt? Ja. Ich holze mal ganz kurz ein bisschen, denn... Das wurde ja auch schon 30 Milliarden Mal gesagt in den Kommentaren. Natürlich kann man aus Holz auch Kohle gewinnen. Das sollten wir vielleicht auch mal in Anspruch nehmen. Aber das Problem ist, dass die Kohle dann sehr teuer ist, weil es sehr viel Holz braucht bis dahin. Boah, es ruckelt bei mir ein bisschen. Ich muss zwischen den Aufnahmen dann gleich mal gucken, dass ich das irgendwie wieder hinkriege. Also bei mir... Also so zwischendrin immer mal so ein Zuckler. Aber ansonsten 60-30, wie gesagt. Unfassbar. Ich bin neidisch. Ich komme jetzt zu dir und nehme an deinem Rechner auf. Haha. Mal was Blitzcreen. Genau. Ist ja egal. So. Was braucht man nochmal für eine Silberspitzhacke? Vorher Copper, ne? Genau. Ich habe sechs Copper, da kann ich bestimmt mit anfangen. So, der ist lieb, der ist lieb. Super. Ich sag mal, mal ein bisschen Holz für uns, ne? Ja, dann mache ich das auch mal gerade. Oh. Ich dachte, der wär lieb. Ich dachte, der wär lieb. Hat er mich einmal niedergeprügelt? Na, sieh mal einer an. Hier ist noch ne Kiste, die ich gerade gefunden habe. Mit... Einer 10-DPS-Axt übrigens. Falls du Interesse hast. Ach geil, ich weiß nicht. Er läuft einmal wieder nach rechts und findet gleich ne Kiste, ey. Ja, was soll ich machen? Ich bin eben der Booty-Checker. Ich finde immer die geilsten Kisten. So, Mädels, kommt mal ran hier. Hm? Was sagste? Ich muss doch mal gucken, wo du da schon wieder unterwegs bist. Ich sammle nur Holz für uns. Für unser gemeinsames Leben. Ey, da liegt noch ne Kiste. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich bin heimlich auf dem Server gesetzt, ne? Die Kisten. Was? Hast du bestimmt heimlich gesehen. So. Ach, jetzt kommt der Doofkopter wieder an und will mir wieder Holz klauen, dass ich für uns gemeinsam sammle. Was jetzt? Tut er so brav ab. Guck mal, ich sammle Holz. Für uns gemeinsam. Oh, da ist ja noch ne Geldkassette. Das nehme ich natürlich mit, diesen Anspruch quasi. Das sind überall Rohstoffe. Ja, die sammle ich mal hier ab. Also zumindest das hier oben. Ich weiß gar nicht, was sind das? Weiß ich nicht. Ich geh jetzt mal weg, damit man auf unseren Channel was verschiedenes sieht, weißt du? Iron, ah ja. Tu mal so, als wäre bei dir grad was total spannendes. Boah, ich hab grad Dirt aufgesammelt. Boah, geil. Was? Heftig. Das Geräusch lässt mich auch nicht mehr in Ruhe einfach. Nee. Wollen wir mal aufkriegen gleich erstmal, ne? Ich muss ja zugeben, beim Schneiden von den Starbound-Folgen muss ich selber lachen. Weil wir so schlecht sind wahrscheinlich. Nee, weil das eigentlich echt lustig ist, muss ich ja feststellen. Also du vor allen Dingen, ich ja nicht so. Nee. Überhaupt nicht. Kannst du mit den Zug auf meinen Channel betreiben? Das wird viel lustiger dann. Ja. 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 Da hängt Kohle in der Wand. Ja. Ja. Entschuldigung. Ich wollt... Ah, da liegt ja noch Fleisch. Fleisch. Ich fröne grad der Fleischeslust und häng ja mal ne Fackel in die Höhle. Wo geht's denn hier hin? Wieso mach ich das mit so nem Ding? Ich hab grad drei Dirt gesammelt für uns. Boah, auch nicht grün. Die bringen uns auf jeden Fall weit... Ja, das weiß man nicht. Ich überrasche dich damit. Oh. Wunderlich. Wo kommen wir denn da hin? Hallo? Ach, das geht natürlich. Prinker. Boah. Was tust du grade? Ich hab grad, äh, unter Wasser hab ich grade, äh, heldenhaft... Was war denn das? Ich glaub, Kopper abgebaut. Wow. Oder wie hast du das grade? Was denkst du grade? Boah. So, ich sammle mal ein bisschen Kohle hier grad. Hab ich eben gefunden. Dachte ich mir, nimmst du mal mit. Kann ja nicht schaden. So, die da auch. Wird mich echt mal über ne neue Spitzhacke freuen. Ich glaub, das mach ich jetzt gleich mal. Boah, ich schenk dir mal eine zu Weihnachten, glaub ich. Oh, das wär schön. Ne? Schick ich dir einfach... Äh, Platte ist angekommen, ne? Ist der beste Ort, das zu fragen gerade. Aber ich hab aber noch keine Gelegenheit. Super. Ja, macht ja nix. Entschuldigung. Aber der Maserati ist gekommen. Okay, ach naja, dann ist gut. Jaja, der war da sofort. Ah, das ist sehr gut. Ja, die haben einen exzellenten Service. Ich hab schon drei gekauft. Ja. Ist einfach so ein kleines Weihnachtsboni für Playmassive-Mitarbeiter. Da muss einfach mal sein. Natürlich. Und unter Maserati geben die sich mit nichts zufrieden. So. Was mach ich hier eigentlich schon wieder gerade? Ich grabe schon wieder... Ich grabe schon wieder in die Tiefe. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Holz sammeln. Hast du noch ne Kreissäge zufällig? Oder kann ich dann einfach in das Loch springen, ohne dass ich sterbe? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich ne Kreissäge habe. Wieso frag ich dich das überhaupt? Du sagst mir eh nicht die Wahrheit. Das find ich jetzt ein bisschen... Ich bin ein bisschen getroffen auch. Persönlich. Ja. So. Oh, ich krieg keine Luft mehr. Da sollte ich vielleicht ein bisschen die Breite bauen. Und schon krieg ich wieder Luft. Achso, aber hier nicht wahrscheinlich. Das war gewitzt von mir. So, was denn? Ach, ich war grad kurz in der Höhle. Aber ich geh schon wieder raus. Ja, ich grabe hier auch mal... Ich weiß gar nicht, was... Oh, 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 oh. Hier ist Gravel. Gravel ist immer gut. Mit Rohstoffen. Ja, Gravel, 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 Gravel. Ja, wir haben ja noch gar nicht so viel erkundet auf dem Planeten, ne? Ne, gar nicht. Wir sind ja nur einmal runtergegangen auf diesem neuen Planeten und das war's. Und jetzt können wir eigentlich super Kohle sammeln. Und dann vielleicht noch mal ein bisschen hier und da rumfliegen. Weil es soll ja noch so viel geben, was wir noch nicht gesehen haben. Es gibt noch so viel zu erforschen, mein Freund. Aber da müssen wir auf jeden Fall dann denken, dass wir den hier als Homeplanet oder sowas setzen. Nicht, dass wir den dann finden. Genau, 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 genau. Vielleicht auch mal die Koordinaten aufschreiben und dann freuen, dass in der nächsten Aufnahme schon wieder alles gewiped wurde. Weil ich hab gelesen, mit dem nächsten Update soll es ja wieder einen Vibe geben. Ist dann eigentlich, wenn man den Charakter saved, sind dann auch die Welten... Sind die dann weg oder weißt du was? Ich glaube, die Charaktere sind in einzelnen Saves und die Welt wiederum in eigenen Saves. Ah, okay. Und ich weiß noch nicht, ob es so gut ist, wenn man die Welten saved beim Vibe, weil... die neuen Features dann eventuell nicht vorhanden sind, weißt du? Ach so. Aber sicher bin ich mir da nicht. Huch! Aber es ist ja gut, dass da Updates raushauen. Also finde ich super. Ja, das auf jeden Fall. Das muss man mal sagen. Und wir sind ja momentan noch in einer Beta, da kann man noch nicht allzu viel erwarten. Ist das... Doch, das ist die Beta, ne? Ist nicht die Alpha... Noch nicht, sage ich. Ist ja nicht die Alpha mehr. Ne, also ich glaube Beta ist es mittlerweile. So, da kann man ja auch nicht meckern, wenn es einen Char-Vibe gibt und ganz ehrlich... Wir haben ja bis jetzt immer was Neues erlebt. Oh, was... Da unten leuchtet's. Da unten leuchtet's. Und hier sind noch mehr Mineralien. Und vor allem gibt's Vollpreistitel, die auch noch in der Beta sind. Die werden als fertiges Spieler angepreist. Ja, das stimmt. Und dann wartet man 10 Jahre auf Patches und lacht sich darüber tot. Haha, welchen Patch haben wir denn jetzt schon wieder? Ich will ja keine Namen nennen, aber Battlefield ist doch schon so ein Kandidat. Ja, hm, wollte ich jetzt gar nicht so erwähnen, aber ja. Ich weiß es selber nicht, ich lese das nur immer. Ich muss dazugeben, Battlefield habe ich tatsächlich noch nicht wirklich exzessiv gespielt. Ich leider auch nicht, weil ich es nicht kann halt. Achso, ich dachte, weil du nicht reinkamst. Ja, ja, das auch. So, juhu. Oh, ich bin jetzt schon einmal um die Karte gelaufen hier, das wäre ja krass. Aber bist du oben rum einmal? Ja, ich glaube. Oder ist das hier ein neues Dorf? Ne, das ist das, wo du... Ne, der Planet ist klein. Das heißt, es kann echt sein, dass du da vielleicht, äh, schneller was gefunden hast. Ach, keine. Das ist cool. So, ich kraft dir mal ein paar Torches. Torchmann. Komm ich doch mal zu dir runter gedödelt. Lass dir runter. Oder ist bei dir nicht so spannend da unten? Kommt drauf an, wie man das sehen möchte. Ich habe gerade wieder ein Miniaturdorf gefunden. Aber ich sage es dir nicht. Aber ich sage es dir nicht. Weil es so viele Pixel gibt. Und irgendwelche komischen Viecher. Ich weiß aber nicht, ob die böse sind. Nein, die sind bestimmt ganz lieb. Huah! Boah, Alter. Jetzt muss ich mich aber auch mal verarzten gerade. Es ist sehr gefährlich hier. Du solltest fernbleiben. Ich habe gerade selber vier Geldkassetten gefunden. Wenn es dich interessiert. Ach, sechs Stück sogar. Krass. Mein, mein Hass ist grenzenlos. So, äh... Nein, es interessiert mich nicht. So. Äh, ich grabe mal hier eben nach oben. Da ist überall noch Gold. Greifen diese Viecher an? Ne, die sind lieb, komischerweise. Achso. Oh! Zwei Blue-Stim-Packs. Zwei Yellow-Stim-Packs. 129 Pixel. Eine grüne Taschenlampe. Und Kiwi-Samen. Das ist ja eine liebevolle Kiste, die ich gerade gefunden habe. Zufällig auch. Unfassbar. Ich werde bei uns dann auch für die Nahrung zuständig sein. Ich werde gerne der Bauer. Ist ja auch in echt, ne? Ja. Bist du eigentlich ein weiblicher Roboter? Bauer sucht Frau und so? Ne, ich weiß gar nicht. Ne, meine sieht ein bisschen aus wie Vicky zwar. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich ein Männchen. Achso. Hast du einen Stecker oder eine Steckdose? Ja. Ähm. Ich glaube, es war der Stecker. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach, verdammt. Ich muss mir mal eine Mehrfach-Steckdose holen. Wir sollen doch nicht mehr über Emma reden. Boah, Alter. Da holt sich auch der ganze Haus-Block-Disch-Strom. Oh. Hey, da oben ist ja noch eine Truhe. Was denn hier los? Hier sind ja überall Truhen. Zwei rote Stim-Packs. Irgendwelche Pixel. Ein Medical-Kit. Oh. For when you absolutely, positively have to be 100% healthy. Und noch ein Schwert. Feeble Wecker. Aber 9 DPS ist natürlich nicht so geil. Und ein wooden Crafting-Table in der Kiste. Na, ist ja super. Kann ja nicht, kann ja nicht falsch sein. Was ohrst du denn gerade? Ja, ich hab grad einen Sandkorn angegraben und plötzlich kam die ganze Wand von oben runter. Ach so. In deinem Auge. Ja. So Schlafsand. So, ich hoch hier. Hier hoch. Hier hoch. Juhu. Noch mehr Geld. Und da oben noch mehr Geld. Geld, 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 Geld. Huch, wieso komm ich hier nicht durch? Ich bin zu fett. So. Huch. Da ist nix mehr. Ich nehm jetzt auch jeden, jeden Fitzel Kohle mit. Du auch? Ja, also wenn ich Kohle sehe und da ist irgendwie nur so ein, ein Ohr irgendwie in der Wand. Was sich auch lustig anhört. Ein Ohr in der Wand. Lauschangriff. Nimmst du trotzdem mit dann? Jaja, klar. Okay. Also ein Ohr hab ich jetzt mal ausgelassen. Also ein Ohr in der Wand. Huch. Das Wasser plattert runter. Aber da vorne zum Beispiel. Oh, jetzt hakelt es hier wieder so ein bisschen. Also gerade bei Kies hatte ich eben auch mega den F-Pacer. Oh. Ich wollte ihn gar nicht angreifen. Aber da ist es eben nun mal geschehen. Oh, ich hab nen Softbrick gefunden. Einen Softbrick. Hm. Was machst du denn mit dem? An die Wange streicheln? Hm, da baue ich mal ne Lounge aus. So. Jetzt da oben rein. Ja, sehr gut. Jetzt können wir uns da oben Gold und Kohle holen. Das ist wie ein Traum, Alter. Diese Höhle ist einfach wie ein Traum. Da, ich... Da, ich... Wieso? Finde. Finde? Hm. Wie finde? Sprich mit mir! Da muss ich in der Nähe sein. Ach, du suchst mich gerade. Ja, ja. Ja. Ach so. Warum denn? Och, du. Oh, so viel Rohstoffe hier. Und jetzt grabe ich mir grad mein eigenes Grab. Ach, geil, ich bin weich gelandet im Wasser. Du findest mich da. Das ist kein Wasser. Das ist Pipi. Was hast du gesagt? Was zischt denn da gerade? Oh, und da geht's durch in eine weitere Höhle? Wow, ist das spannend. Wo komm ich denn jetzt hin? Weißt du zufällig, wie viel Kopparor man braucht für ne Spitzhacke? Oder für zwei Spitzhacke? Das weiß ich leider gerade nicht. Du kannst mal kurz beim Crafting gucken. Mitm On-Mouse-A... Mitm On-Mouse-Auver... Mitm Mouse-Auver kannst du da reingucken. Dann sagt er dir das gerne. Sind die böse? Oh! Die sind bö... Alter, manche sind erst böse, weil man die angreift. Kleines Drecksschwein. So, das Geld hole ich mir natürlich. Ist die Rentenversicherung von dem Viech. Oh, bin ich schon so weit unten, dass ich friere? Ach du Scheiße. Huch, wo bist du denn? Keine Ahnung, aber es wird echt kalt gerade. Ah, you now. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Ich meine natürlich, ach, das ist ja doof jetzt hier. Hat er wieder zehn Diamanten oder so gefunden. Ach, Mensch. Echt schäbig. Wohin mit dem ganzen Reichtum? Ach, was mache ich denn nur? Wie viele Pixels sind das? Ach, 70. Über 70. Na ja, dann. Alter, was ist denn das? Wie riesig. Ich meine, schon langweilig. Diese kleinen Lampen, soll ich die mal mitnehmen hier? Ach, hör auf. Wat? Ach. Das bringt alles Geld. Das ist alles Geld. Ich meine natürlich... Nee, ist doof hier. Das habe ich vorhin noch gar nicht gemerkt, dass da ja auch Pixel rauskommen. Alter, ist ja voll die Bank hier unten. Ich sehe Fackeln. Und hier sind noch nicht aufgemachte Geldkassetten, das heißt, ich bin fast bei dir, glaube ich. Da sind nicht aufgemachte Geldkassetten, du bist bei mir? Was? Ja, hier war es noch dunkel und da hinten hängt eine Fackel, also wahrscheinlich wolltest du das hier gleich noch erkunden. Ah, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, du kleiner Drecksack. Was? Boah. Wies. Ja, ja, hier sind fiese Viecher umtriebig. Hat der eine Segel im Mund? Das sieht ja unheimlich aus. Ach, diese blauen Viecher, ne? Ja. Ja, die sind gemein. Wow. Ich wünschte, ich könnte sehen, ich glaube ich habe 1800 Pixel, ich kann das gerade nicht sehen, weil da dieses komische Ding da drüber ist. Nein, jetzt fällt das alles in die Tiefe. Äh, apropos in die Tiefe, ich will da nicht zwingend runter. So. Was haben wir denn da? Den Abbaum bevor er kommt. Weißt du, du bist immer so ein gieriger Drecksack, das finde ich voll ekelhaft. Ja, das Schlimme ist, ich habe Diamanten gefunden, aber die sind dieser komischen scheiß harten Steinwand und das dauert Jahre. Ach ja, hier auch, hier ist ein Diamant, aber ganz ehrlich, die lasse ich da jetzt einfach drin. Weil der ist so weit da drin, da möchte ich gar nicht, das ist äh... Ja, das ist echt kacke. Diamantenkacke quasi. Oh, das hier wird auch noch dauern. Guck jetzt schon nach oben rechts, bis der Kollege da wieder lang schwadroniert kommt. Der Herr, der feine Herr Doofkop. Hildelid hildelid hildelid. Such deine eigene Höhle, du scheiß Teamplayer! Boah, es sind so viele Rohstoffe hier gerade in diesen scheiß Wänden, aber es dauert so ewig. Ja, in diesen weißen Wänden, ne? Deswegen, ich baue die auch nicht ab. Da kommen wir irgendwann... Oh, hier sind sauviele Diamanten im Magmakor. Und rechts blinkt irgendwas, ich weiß aber nicht, was das jetzt war. Hä? Hä? Was blinkt denn da? Hier hat doch was geblinkert. Hier so. Da wo ich grad mit der Maus bin. Das siehst du gerade nicht. Da musst du leider auf meinem Channel gucken. Hä? Das Spiel... Was ist denn das? Das will ich jetzt erkunden. War das jetzt nur das Viech und ein Grafikfehler? Oder war das... War das mehr? Schnell gucken, bevor der Tobi kommt. Wir werden es herausfinden. Jetzt bin ich übel, aber ich muss die Diamanten daraus holen. Das geht einfach nicht. Was ist denn das da unten für ne Monstergrube? Wie kann man nur so gierig sein? Ich hab dafür kein Verständnis. Ja, es sind zwei, ne? Zwei? Ich hab ja den ganzen... Schon hart. Da sind irgendwie fünf oder sowas in der Wand. Ich mach das gleich. Und eine Menge Silber, auch noch. So, jetzt aber. Wie lange dauert das? Tja, und was machst du heute noch so? Gerade geschockt feststellen, dass das sogar vier sind. Hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, die ich gerade sehen kann. Ja, da muss man eigentlich schon zuschlagen, ne? Das würde ich nie tun. Sieben! Sieben sind es übrigens, doch. Zum Glück geht es ja sehr schnell. Auf jeden Fall, aber ich finde den Stein extrem cool, muss ich sagen. Diesen weißen, ne? Ja. Ich möchte davon noch ganz viel abbauen und bei uns im Zuhause verbauen. In der Hinterwand quasi. Das sieht bestimmt toll aus, mit dem Holzrahmen und das weiße Zeug da drin. Ich habe auch ein bisschen was davon abgebaut, aber vielleicht sollten wir mal unsere Spitzhacken ein bisschen aufwerten oben. Später, wenn wir hier wieder rauskommen in fünf Folgen. Deswegen sammle ich auch schon so ganz viel Copper die ganze Zeit. Das ist natürlich ein Traum für Herrn Field. Oh, jetzt habe ich ihn erst gerafft. Oh, das tut mir echt leid. Ja, und Diamanten ohne Ende. So. Was machen wir eigentlich in der nächsten Folge? Ich glaube, Diamanten im Softstein abbauen. Ah, okay. Da drüben ist wieder Softstein, da oben ist Eisen. Alter, hier sind so viele Rohstoffe, wir müssen die Spitzhacken aufwerten. Ich glaube auch. Weil dann, glaube ich, dann erst... Ich glaube, dann können wir hier so die richtige Marie machen, sozusagen, wie es da so schön heißt. Und ich komme jetzt schon langsam zu den Höhlenabschnitt, wo so Stalag Mieten sind. Tieten oder Mieten? Ah, die Tieten waren die, die runterhängen. Das kann man sich ja gut damit merken. Was hast du gesagt? Nee, nichts, 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 einfach. Das war... Es ist so... Eines Tages, kleiner Robi. Pass auf, ich klopke mir den Weg hier nochmal frei. Aber dann machen wir wirklich mal ein Folgenpäuschen, quasi. Das Lustige ist, hier unten in der Höhle habe ich keine FPS-Probleme. Da nehme ich einfach mal easy mit 50 auf. 50, 30 habe ich hier. Vielleicht oben mehr, weil es regnet. Hat aber nicht geregnet vorhin, als wir angefangen haben, ne? Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin hier gerade in den Abbrunkelsturz. Ich bin zu forsch gewesen. Da ist noch ein Diamant. Scheiße. So sprich, was ist? Ah, ich habe mir gerade eine Badewanne eingelassen. Ah, das ist ganz gut. Das kommt immer sehr gut hier. Ich bin ganz froh, dass du nicht in der Nähe bist. Wahrscheinlich wäre dann auch irgendwo Säure in der Nähe. Das ist ja jetzt eine grobe Unterstellung. Da sagte der Mann mit der Kreissäge. Die Kreissäge ist wenigstens schnell. Ja toll, das freut mich ja. Du meinst, die Säure dauert immer ein bisschen, bis das Gesicht schmilzt? Ja, aber wenn du mit dem Arsch in der Säure hängst und oben rum merkst du das noch nicht da, ist ja scheiße dann, oder? Ja gut, das stimmt. Vor allen Dingen ist es blöd, wenn der Arsch dann plötzlich weg ist und du guckst dann herunter. Stellst fest, fuck, ich bräuchte Beine auf denen ich stehen könnte, damit ich nicht in der Säure bin. Ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe das ganze Wasser abgelassen in einer riesige Höhle. Und wie die aussieht, das finden wir bestimmt in der nächsten Folge heraus. Oder, Tobi? Oder? Oder? Ja, ja, klingt gut. Bis dahin habe ich vielleicht auch das Copper hier abgebaut. Wäre super. Ja, mal gucken, ey. Das ist auf jeden Fall spannend. Okay, dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.